hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge in der letzten folge halte jetzt die klappe haben wir ja gemerkt dass er gleich seine werte abzählt was heißt die werte abzählen ich kann ja auch eine box öffnen auf ja wir sagen 321 ja und dann lass uns mal gucken was keine einzige das tut weh das tut wirklich weh ein golden springen musste die ganzen belohnungen oder muss erstmal bei belohnungen gucken ja da sind es jetzt noch nicht so viele weil letztes mal die golden turds habe ich ja schon aber da kamen nur schrott bei raus echt jetzt ja bei den golden turds hast du nur epics gehabt deswegen hat sich das nicht gelohnt das mal gucken alle achtung und ich ahne schon üblis dass das diesmal ein planet express schiff und oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott so und was haben wir jetzt was 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 roller derby und bürgerkostüm und zwei ich habe auch noch nicht gehabt und der tote antanz oh mein gott das ist echt erschreckend und 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 holy shit fünf stück sind es noch naja jetzt guckst du auch mal ganz kurz rein ich guck mir aber nur hier an so komm auf 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 jetzt ein bisschen bisschen lacken bisschen lacken und 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 oh mein ich habe das Gefühl das noch schlechter geworden ist naja viel schlechter als eine louise kann es ja nicht werden mhm burgerkostüm oh ist das erschreckend oh mein gott ich habe keinen bock mehr ich habe wirklich keinen bock mehr ist das ein riesen mega schrott oh gott alter wir sind glaube ich schon durch ich glaube das waren die letzten so hast du aber noch unten ist es noch wenigstens zwei lechys ja aber immerhin sind es zwei lechys und nicht mal aus der box nein das war schlecht es ist alles schlecht nein zwei lechys garantierte lechys nicht eine die man ziehen kann was hast du mir eigentlich gezogen wieso ich ja du hast doch mitgemacht war nicht nur ich mann so richtig mitten in der face so richtig immer mitten in die fresse rein kpop video ist auch so ja das ist doch geil wo ist das not rocket da hast du nämlich auch das not rocket das ist nämlich geil die andere habe ich nur unten zumal ja und ist egal ich denke mal die ist schon guck mal rein was da erforscht ist bei kpop also kpop mit dem bob ist zum beispiel ziemlich geil und nur eine kombo das müsste wahrscheinlich die bob kombo sein ne das ist das in diesem folge bis hier nicht nachher tschüss